Nach der Ankunft im heißen und trubeligen New York heißt es natürlich erst einmal Proben, und zwar in den Räumen der American Society, also der Gesellschaft, die das Klangforum eingeladen hat. Auf dem Plan stehen zunächst ausschließlich Werke von Daniel Peter Biro. Seine Komposition Ethica, die das Klangforum U aufgeführt hat, war der Anlass für die ganze Amerika-Reise. Die teilweise flüsternde Musik hier zu spielen, ist allerdings durchaus eine Herausforderung. Es ist ein Permanentverkehr hier und die Sirenen der Krankenwagen und Polizei gehen auch permanent. Und es ist schwer, in so einem stillen Stück wie Viro vernünftig zu proben, aber es ist eine Erinnerungsprobe. Die Hauptarbeit wurde also schon in Heidelberg erledigt. Und das Konzert selbst wird an einem anderen Ort, nämlich in einer Kirche, stattfinden. Und alle sind natürlich sehr gespannt auf den Abend.